Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man Kurvenuntersuchungen mit Hilfe der Differenzialrechnung durchführt und was dabei so die wichtigsten Ergebnisse und Methoden sind und dass man Groß-F-Stammfunktion von Klein-F nennt, wenn gilt, dass Klein-F genau die Ableitung von Groß-F ist. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam den Zusammenhang zwischen dem Berechnen von Flächeninhalten und Stammfunktionen erkennen. Dieser zunächst doch eher überraschende Zusammenhang führt uns dann zum sogenannten Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung, zu dem wir jetzt in diesem Videolernzyklus nicht mehr kommen, aber dafür gibt es natürlich ebenfalls Materialien. Dieser Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung ist ein Meilenstein der Mathematik und fußt auf der folgenden Entdeckung aus dem 17. Jahrhundert. Hier unten rechts ist der Graph einer stetigen Funktion Klein-F dargestellt und Groß-F von 4 ist der Flächeninhalt, den der Graph von Klein-F mit der waagerechten Achse im Intervall 0x einschließt. Also hier ganz konkret Groß-F von 4 ist der Flächeninhalt, den der Graph von Klein-F im Intervall 0,4 mit der waagerechten Achse einschließt. In anderen Worten Groß-F von 4 ist der Flächeninhalt des hier blau unterlegten Bereichs. Und diese Funktion Groß-F, die wollen wir jetzt untersuchen und damit wir das tun können, müssen wir sie zunächst ein bisschen besser verstehen. Dafür setzen wir einfach einmal für x ein paar Werte ein und schauen, wohin das führt und was wir dabei schon so entdecken können. Beginnen wir mal mit x gleich 1 und x gleich 2 oder bleiben. Groß-F von 1 und Groß-F von 2. Groß-F von 1 ist ca. 1,4 und Groß-F von 2 ist ca. 4,1. So weit, so gut. Geben wir noch Groß-F von 3 und Groß-F von 4 dazu, dann können wir schon ein paar Sachen entdecken. Zum Beispiel die Funktionswerte von Groß-F, die werden immer größer. Das ist so gesehen jetzt nicht so überraschend, denn die Flächeninhalte werden ja immer größer. Wir geben ja immer noch was dazu. Aber in schöner mathematischer Fachsprache liegt es scheinbar nahe, dass Groß-F streng monoton wachsend ist. Und das ist schon einmal eine wichtige Entdeckung und da können wir noch ein bisschen was dazu geben. Und zwar, es fällt uns auch auf, es kommt nicht immer gleich viel dazu. Und wie viel dazu kommt, hängt offensichtlich auch sehr stark oder hängt sehr stark von klein f ab. Und hier gibt es einen Zusammenhang und den wollen wir verstehen. Geben wir noch ein paar Funktionswerte dazu, also Groß-F von 5 und Groß-F von 6 und auch noch Groß-F von 7 und Groß-F von 8. Und wir erkennen, dass was wir hier schon entdeckt haben oder vermutet haben, bestätigt sich hier noch ein Stück weit. Und jetzt, wo wir so viele Funktionswerte von Groß-F schon haben, können wir auch versuchen, einen Funktionsgrafen von Groß-F zu skizzieren. Der könnte in etwas so aussehen. Und hier erkennen wir jetzt noch ein paar sehr schöne Dinge. Erstens spiegelt sich auch hier wieder das Groß-F in dem Abschnitt, den wir betrachtet haben, offensichtlich streng monoton wachsend ist. Und jetzt noch zwei sehr schöne Feinheiten. Und zwar an der Stelle x gleich 2 ist die Steigung von Groß-F maximal. Und klein f hat an der Stelle x gleich 2 ein lokales Maximum. Okay, und an der Stelle x gleich 4 ist die Steigung von Groß-F minimal. Und klein f hat an der Stelle x gleich 4 ein lokales Minimum. Also es gibt da eben scheinbar einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Steigung von Groß-F und klein f. Und es ist tatsächlich so, dass die Steigung von Groß-F, also die Ableitung von Groß-F, genau klein f ist. Also Groß-F eine Stammfunktion von klein f ist. Hier ganz konkret die Stammfunktion, für die gilt, dass f von 0 gleich 0 ist. Und dieser Zusammenhang zwischen Flächeninhalten und Stammfunktionen, der ist genial. Und mit dem können wir sehr viel anfangen. Zum Beispiel können wir Flächeninhalte von irgendwelchen Figuren ausrechnen, die durch Funktionsgrafen berandet sind. Dadurch haben wir wesentlich mehr Möglichkeiten als mit den Formeln, die wir aus der Unterstufe kennen. Und wir können dann sogar auch noch weiter denken und sogar solche Sachen ausrechnen, wie das Volumen von so einer Vase. Und das ausrechnen, dann tatsächlich im weitesten darauf beschränken, dass wir eine Stammfunktion einer passenden Funktion finden. Und das ist genial. Damit können wir viel rechnen und viel arbeiten. Und wie genau das aussieht, findest du auf den entsprechenden Arbeitsblättern.